Hi, ich grüße dich. Makeover, Umstyling, Veränderung. Jede Frau fühlt das selber. Jetzt ist das Zeit gekommen für diese Veränderung. Und so bereit für den Makeover war auch die Dorota. Wie kann man das ignorieren? Wir haben alles auf die Seite weggeschoben und sie hat ihre Veränderung bekommen. Die dunkle Haarfarbe habe ich runtergezogen mit Hilfe einer Blondierwäsche. Wie habe ich das genau gemacht, habe ich euch gezeigt schon in meinem anderen Video. Dieses Video werde ich da unten verlinken für euch. Genauso wie dieses Video, wo kann man sich selber Strähne machen. Oder mit Hilfe von deiner Mutter, Schwester oder Freundin, wie kannst du die Strähne auf dem ganzen Kopf haben. Das werde ich auch hier unten verlinken. Nächster Schritt bei dem Makeover war die Haarfarbe. Die habe ich auf die restlichen Haare drauf gemacht. Für den gesamten Look haben wir mit der gleichen Haarfarbe noch die Augenbrauen gefärbt. Du kannst das machen mit jeder Haarfarbe. Schließe deinen Look mit Augenbrauen in gleiche Farbe wie deine Haare. Ich denke bei Dorota, das hat alles zusammen wunderbar komponiert. Als Nächste wird alles gewaschen. Und die Dorota ist so glücklich. Jetzt wird bisschen schnappi schnappi, das neue Haarschnitt und Styling. In ihrem Fall, die Haarlänge ist nicht viel verändert. Aber die Frisur hat richtige Pepp gekriegt. Richtige Laune. Das sieht man, die Dorota ist zufrieden. Ihr habt den Makeover gut getan. Jede Lebensabschnitt hat seine gute Seite. So ein Umstylen kann dir helfen, die zu schätzen. Das kann zum Beispiel sein, bei deinem langen Haar, ein kürzer Haarschnitt. Der erleichtert dir, ermöglicht dir, die Haarfarbe öfters zu wechseln. Was normalerweise bei langem Haar ist, ist das nicht so schnell zu machen. Das kann deine Entscheidung sein, deine Haare nicht mehr zu färben und deine grauen Haare am Herz nehmen. Die übrigens sind sehr modern. Ich habe so viele Frauen gesehen, die tragen ihre Silber-Platin-glänzende Pracht mit vollem Stolz. Wenn hat dir meine Videos gefallen, abonniere jetzt meinen Kanal. Gib mir ein Like. Teil meine Videos zwischen deinen Freunden, Bekannten. Das wird mir helfen. Gehe auf meine Website. Dort habe ich alle Produkte aufgelistet, welche habe ich für dieses Umstyling gebraucht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.